So, was solltet ihr? Herzlich Willkommen zu meinem Part von Rocket League. Wir sind in Zorbrück Stadion. Oh, es läuft. Also heute läuft es nicht gut. Ich sehe keine Vorlagen, keine Tore. Ja, alles ein bisschen blöd. Alles ein bisschen belastend. So, das ist ein Aufkommen erfüllt. So, das ist ein Aufkommen erfüllt. So, das ist ein Aufkommen erfüllt. So, das ist ein Aufkommen, das ist ein Aufkommen. So, das ist ein Aufkommen. So, das ist ein Aufkommen erfüllt. So, das ist ein Aufkommen. Ohneinéiné. Der hat so? So da ist er. So da ist er. Und er hat geklappt. � Sind die dumm oder so? Achso, scheiße, ich bin ja rot. Oh, bin ich dumm. Warum habe ich denn nichts gemacht? Ich werde euch jetzt vielleicht noch verhindern können. Vielleicht, ja. Scheiße. Scheiße. Pff, oh oh. Das ist heftig, was die da machen. Pff, das ist heftig. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, ich habe einen Poes. Pff, ja, voll. Ja, voll. Oh, ah. Ah, ah, ah. Das war's. Wo ist der Wurm drin? Wo ist einfach der Wurm drin? Das war eigentlich nicht der Plan. Oh! 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 Der war gut! Der war gut! Der hat wenig Schmackes! Der hat... Der ist verhungert! Der ist verhungert! Der hat wenig Schmackes! Das wir nicht haben! Wir haben kein Skin! Das ist genau das, was uns fehlt! Was? Werden wir jetzt machen? Ne, schade! Ja, dann machen wir halt die Verlängerung! Oh Scheiße, Mann! Oh Scheiße, Mann! Oh Scheiße, Mann! Jetzt geht's auf jeden Fall! Wo sind meine T-Mails überhaupt? Oh Mann, 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 Hätt' ja... Oh shit! Aber es bringt mir einfach nix. Es bringt mir halt überhaupt nix. Es bringt mir halt überhaupt nix. Es bringt mir halt überhaupt nix. Ja Leute, Party bilden. Mal spielen suchen. Ich lasse mal, ich lege mal kurz mit jetzt einfach. Mal gucken mal, mal gucken einfach mal. Mal gucken einfach mal, ob wir irgendwas... Ja. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Und das läuft einfach nicht, heute läuft es einfach nicht, es ist einfach heute ein komisches, ich weiß nicht, heute läuft es einfach nicht. Ganz komisch heute. Sechs mal sch...